Hallo Kinder, herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute haben wir euch die Lego Duplo Baustelle mitgebracht. So sieht also der Karton aus, wenn ihr das Spielzeug nach Hause bekommt. Ihr seht schon hier an den Seiten, es gibt zwei Fahrzeuge, ein Bagger und ein LKW und dazu natürlich zwei Bauarbeiter. Aber dann wollen wir doch erstmal den Karton öffnen und die Sachen auspacken. Wir werden die natürlich zusammen begutachten und auch zusammenbauen. So jetzt aber erstmal hier Karton geöffnet und oh da kommt uns schon fast alles entgegen. So, ja das sind erstmal ziemlich viele bunte Einzelteile, aber das ist ja zum Glück immer so bei Lego, das ist ja das Schöne daran. So, hier sind die ganzen Tütchen mit den Einzelteilen, die tun wir erstmal kurz beiseite, denn wir werfen zuerst mal den Blick in die Anleitung. Hier wird genau beschrieben, wie man die Sachen zusammenbauen kann, aber natürlich hat man bei Lego immer die Möglichkeit, selber zusammenzubauen, wie man das gerne möchte. Wir werden jetzt aber das so zusammenbauen, wie es auch auf der Packung ist. So, ich lege erstmal ein bisschen alles beiseite und fange mal mit diesem Tütchen an. Hier ist nämlich das Grundgerüst von unserem LKW. Hier stecken wir einfach das Fahrgestell unten dran, zack, und hinten noch die Ladefläche drauf. So, den tun wir erstmal zur Seite und öffnen das nächste Tütchen. Hier ist, wir sehen schon, der erste Bauarbeiter drin. Hey! Und der hat eine verdammt große Schaufel dabei. Ah, es gibt ja auch viel zu schaufeln. So, Vorsicht Baustelle, das Schild darf natürlich nicht fehlen auf einer Baustelle. Und dann machen wir direkt das nächste Tütchen auf, damit haben wir dann alle geöffnet. So, und hier ist unser zweiter Bauarbeiter mit Helm. Und hier ist noch ein Kegel, Obacht, Baustelle. Oh, wir haben ja ganz die Halterung vergessen, damit unser LKW die Ladefläche später auch abkippen kann. Die muss hier natürlich noch drunter. So, jetzt kippt sie auch. Und das Ganze stecken wir dann hinten drauf. So, jetzt ist es ein richtiger LKW. Und er freut sich und möchte auch direkt eine Runde fahren. So, dann wollen wir doch mal den Bagger zusammenbauen. Hier nehmen wir das graue Teil und stecken die Achse dran. Oben drauf die Bagger-Schippe. So rum. So, einfach draufgeklickt. Fertig. Die ist jetzt schon beweglich. Alles zusammen auf das Fahrgestell. Ne, da fehlt noch was. Was fehlt uns denn noch? Mal schauen. Ah, hier, der große Gelbe fehlt uns noch. So, der kommt oben drauf und dann kommt die Schaufel da oben drauf. Zack. Und der zweite Bauarbeiter setzt sich direkt mal in seinen neuen Bagger. Okay, dann ab zum nächsten Teil. Hier ist die Grünfläche, der Rasen. Da stecken wir einfach den blauen Stein drauf, den grauen, den blauen, wieder den grauen, wieder einen blauen und bauen somit einen Turm. So, am Ende kommt noch der Kran-Arm oben drauf. Dieser lässt sich frei drehen, wie ihr seht. Vorne das blaue ist das Führerhäuschen und hinten ist das Gegengewicht, damit der Kran ja nicht umkippt. So, und den kann man jetzt frei drehen und damit Spaß haben. So, als nächstes nehmen wir uns das dünnere grüne Stück und bauen einen Bogen. Dafür kommen die zwei orangenen, dann die zwei roten Steine und am Ende der Bogen oben drauf. So, die anderen Teile, ihr seht es ja da hinten auf der Verpackung, die kommen rechts daneben und in die Mitte dieses blaue Lego-Stück. So, hier positionieren wir das Vorsicht-Baustellen-Schild, gut sichtlich, ein bisschen höher. Und da wird uns keiner hier an unsere Baustelle rennt, während wir arbeiten. So, der erste hat schon eine kräftige Ladung auf seinem LKW. Die muss er natürlich nur abkippen. So. Warte, ich steig aus, ich komme. Schau mal, ich hab alles abgeladen. Wir können anfangen. Alles klar, mache ich. Na los, stehst du ja immer noch hier rum. Ja, ist gut. Ich werde alles einschaufeln. So, ab in den Bagger. Er ist auch sicherer in seinem LKW. Und fern erst mal weg. Jetzt nehme ich die Zeit, um zu baggern. So, alles in die Schaufel. Hoch damit. Vorsicht, abladen. Und nächste Fuhre. Aufladen. Ach, egal. Ich schieb das einfach. Haha, der Boss guckt gerade nicht. So. Mittagspause, würde ich sagen. Hööö, wir machen Mittagspause. Nein, warte. Ich muss noch auf den Kran. Okay, ich warte. So, ein Stück klemmen wir unten dran. Und das wird dann rüber gefahren. Vorsicht, lade ab. Boom. Damit ist der Bogen gebaut. Gut. Und nächstes Teil. Klack. Vorsicht, lade ab. Klack. Und so könnt ihr das dann natürlich weitermachen. Ihr könnt bauen, was ihr möchtet. Ihr habt ja nun alle Geräte da. So, jetzt haben wir wirklich Zeit hier für die Mittagspause. Jaja, lasst uns Mittag machen jetzt. Ich hab Hunger. Ja, wir waren auch fleißig heute, nicht wahr? Ab geht's. Das war unser Unboxing-Video von Lego Duplo Baustelle. Wenn ihr eine spannende Geschichte mit der Lego Duplo Baustelle sehen möchtet, dann klickt einfach auf das kleine Video unten im Bild. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert einfach das Video. Wir antworten euch dann so schnell wie möglich. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und teilt uns in euren Netzwerken. Denn die Spielzeuge mit den meisten Likes bekommen eine Geschichte. Bis bald, euer Pandido-Kanal. Tag! Nachdem wir nach! Aber sieh ist es in der nächstenaientlung. Ihr seid gut. Vielen Dank.